Arbeit macht Arbeit. Darum heißt sie ja so. Stromberg, die goldenen Jobregeln. Das ultimative Bürohörbuch von Ralf Hussmann. Vorweg, das Büro ist der natürliche Lebensraum für den modernen Menschen. Körperlich arbeiten macht ja keiner mehr. Das ist ähnlich wie heiraten oder selber schlachten. Eher nostalgische Geschichte. Und trotzdem wissen viele nicht genau, wie sie sich im Büro zurechtfinden sollen. Ganz wie junge Löwen, die im Zoo groß werden und dann ausgewildert in der Savanne ratlos vor der Antilope stehen und darauf warten, dass der Pfleger sie in mundgerechte Häppchen zerteilt. Viele Angestellte sind heute wie diese jungen Löwen. Degenerierte, verwöhnte Tiere mit iPhones, Facebooks und Tätowationen am Arm, aber ohne die geringste Ahnung, wie sie in der Wildnis überleben sollen. Das können die Löwen jetzt lernen. Hier bei mir. Dieses Buch hier ist eine Art Bibel. Ist eigentlich besser als die Bibel. Weil die Bibel, die wurde von normalen Leuten geschrieben im Auftrag von dem ganz oben. Dieses Buch hier aber wurde von dem ganz oben persönlich geschrieben. Von mir. Ich weiß einfach, wie der Hase läuft und der Löwe und die Antilope. Und anders als in der Bibel stehen hier nicht so abstrakte Sachen wie du sollst nicht töten und liebe deinem Nächsten, wo am Ende ja doch keiner weiß, was er damit anfangen soll. Hier wimmelt es von praktischen Tipps und Tricks. Das ist eine detaillierte Anleitung, wie man das Leben zwischen Schreibtisch und Kantine meistert. Ein Erste-Hilfe-Kurs für die, ja, für die Widrigkeiten mit Kollegen, Vorgesetzten und Fußvolk. Und das Ding hier ist interaktiv. Also nicht wirklich natürlich, aber die Leute vom Verlag haben gesagt, ich soll das sagen, weil es sich gut verkauft, wenn die Leser das Gefühl haben, sie könnten mitreden. Das kennen sie aus dem Internet. Gemeint ist, dass ich zwischendurch also Fragen beantworte, die mir irgendwelche Nasen geschickt haben. Warum? Ja, wie sagt ein altes Sprichwort? Diamanten strahlen am hellsten, wenn sie neben Matsche liegen. So könnte jedenfalls ein altes Sprichwort sagen. In Wirklichkeit ist das hier wie in der Schule früher. Sie sitzen da, hören zu, machen sich Notizen und am Ende schreiben wir einen Test. Ja, ich mache das hier nicht zu Spaß. So, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen, vor allem, wenn Sie das hier bei der Arbeit hören. Also, in diesem Sinne, frohes Schaffen, Ihr Bernd Stromberg. Zur Einführung, Büro, was soll das? Der Begriff Büro stammt vom altfranzösischen Büro, was grober Wollstoff heißt. Mit dem wurden damals in Frankreich die Schreibtische bespannt. Na, habe ich recherchiert, im Internet. Deswegen wird es wohl auch nicht stimmen. Oder aber doch, das weiß man ja eben nicht mehr so genau. Wenn es aber stimmt, dann gehen wir heute also jeden Tag in etwas, was die Franzosen erfunden haben. Und von da kommt ja meist nichts Gutes. Die Franzosen rosten alle durch. In jungen Jahren hatte ich mal ein Citroën, mein lieber Gesangsverein. Kann ich nicht empfehlen. Da drin ist es mal zu einem, ja, zu so einem Knickknackversuch gekommen. Mit dem Ergebnis, dass ich mit dem Zigarettenanzünder wichtige Körperteile verbrannt habe. Und Mireille Mathieu mag ich auch nicht. So. So, wo war ich jetzt? Ja, Büro. So, pass auf. Man hat im Büro schnell das Gefühl, dass man sich nicht gerade nützlich macht. Am Ende des Tages hat man meist nichts geschafft. Jeder Klempner kann sagen, heute habe ich drei Scheißhausrohre sauber gemacht. Offiziell sagt er das. Und dann wird natürlich noch schwarz ordentlich was nebenbei verdient. Aber selbst das kann man im Büro nicht. Wie soll man hier schwarz arbeiten? Der Büromensch hat am Ende des Tages vielleicht 20 Mails geschrieben, von denen 10 im Müll landen und 8 im Spam. Aber wenn sie zwei linke Hände haben oder Abitur, dann wird es mit der Klempnerei schon schwierig. Denn wenn sie heute gnadenlos ins Büro abgeschoben, je eher sie das akzeptieren, je besser. Für Leute wie Ernie ist das Büro natürlich optimal. Die sitzen abends sowieso alleine, tauen sich Kohlrouladen auf und denken Prima. Heute ist auch schon wieder rum. Hauptsache gesund. Und der Kollege Steinke, Ulf, der sagt ja immer, im Büro ist es wie beim Zahnarzt. Man sitzt hier rum und wartet. Und wenn es ernst wird, tut es auch schon mal weh. Aber es wird viel seltener ernst, als man denkt. Ah gut, die arme Sau ist natürlich noch schwerer. Dessen alte sitzt sie mir den lieben langen Tag gegenüber. Ja, die haben sich hier kennengelernt im Büro. Kennen und lieben. Wobei, was heißt lieben? Sie sind jetzt verheiratet. Das ist ja nur weiß Gott nicht immer dasselbe. Lirum larum. Also im Grunde ist keiner gerne hier. Außer der Ernie, aber der hat ja eh eine Delle in der Bimmel. Natürlich könnte ich mir auch vorstellen, was anderes zu machen. Mich zu engagieren. In der dritten Welt zum Beispiel. Aber ich vertrag die Hitze so schlecht. Außen ist das Essen da oft nicht gut. Und das ist ja bei uns in der Kantine schon ein Problem. Wie wär's dann also bitte in Kamerun? Aber wie gesagt, nutzt sie alles nix. Arbeit ist Arbeit. Darum heißt sie ja so. Arbeit ist wie Staub. Man muss sie nicht machen. Sie ist einfach da. Aus dem Nichts. Ohne erkennbaren Sinn. Und man kann nix dagegen tun. Außer arbeiten eben. Oder eine Putzfrau beschäftigen. Also andere für sich arbeiten lassen. Das müssen sie selber wissen. Entscheidend ist, dass sie einsehen, dass sie gegen die Arbeit immer den Kürzeren ziehen. Ja gut, für seine Leuchtmarkerleuchte wie Ernie ist praktisch jeder Tag Tag der Arbeit. Der freut sich ja wie ein Ast, wenn er zwei Blatt Papier aus Konfetti wieder zusammenkleben kann. Aber das ist privat ja auch nix. Ernies Mutter lebt ja mehr als er. Und die ist tot. Der Ulf, an dem Ernie mal eingeredet, dass man die Feiertage abgeschafft hat. Und zwar dreimal. Deswegen saß der Kerl zu Pfingsten am Schreibtisch an Himmelfahrt. Und am 1. Mai. Ja, wenn der Ulf bei der Arbeit auch so einfallsreich wäre, dann könnte er es sogar weit bringen. Aber da kommt natürlich nix. Aber im Gegensatz zu unseren Putzfrauen in der Kapitol kann man sich dem Staub, das ist ja eben der Arbeit, auch systematisch nähern. Zum Beispiel mit diesem Buch. Wie gesagt, das Wichtigste ist, Büro ist kein Aids-Test. Und positiv ist hier was Gutes. Klar, kein Kind sagt, wenn ich mal groß bin, will ich ins mittlere Management. Aber Kinder haben ja einfach auch keine Ahnung. Natürlich ist Büro kein Traumjob. Aber Astronaut und Feuerwehrmann hat auch Nachteile. Ernie zum Beispiel, der wollte immer hier hin. Ja gut, aber das hätte er auch anders machen sollen. Selbst als Zoo-Wärter bei den Stinktieren würden die Viecher sagen, Freunde, das ist Tierquälerei, wie der Kerl müffelt. Ich glaube, der Ulf, der wollte immer Fußballer werden. Er sagt ja immer, richtiges Leben und Büroleben ist wie Champions League und Tischkicker. Das war im Prinzip her ähnlich, aber eben doch viel, viel kleiner. Ich glaube, der meint das nicht positiv. Meine Firma ist meine Firma. Der Pole kann sich seine Heimat ordentlich aussuchen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Klar, wenn man durch Wolfsburg fährt, dann denkt man auch, warum haut hier nicht jeder ab? Aber es kann eben nicht jeder da leben, wo es schön ist. Insofern muss es auch Leute geben, die jeden Tag ins Büro gehen. Einer muss diesen Job machen. Natürlich kommt im Fernsehen, Bauer sucht Frau, nicht Buchhalter sucht Frau, weil die Weiber halt auf Natur stehen und Schafe. Wir können nicht alle ins Raumjob haben. Das macht ein Mann zum Mann. Denken Sie immer daran, auch Superman hat in dem Büro gearbeitet, wenn er nicht Superman war. Der musste sich immer erst in der Telefonzelle umziehen, bevor er die Welt gerettet hat. Erfinden Sie heute mal eine Telefonzelle. Aber Büros gibt's immer noch. Das sollte Ihnen mal zu denken geben. Sich für eine Firma zu entscheiden, ist so, wie sich für eine Frau zu entscheiden. Man macht es oft aus den falschen Gründen. Weil sie gut aussieht, weil sie groß ist, weil sie erfolgreich ist, alles falsch. Bei Firma und Frau. geht zu einer kleinen, hässlichen, die so gerade eben klarkommt. Denn wie heißt das Zauberwort? Dankbarkeit. Ja, die Erwartungen sind niedrig und sobald du auch nur einen Handschlag mehr machst, bist du gleich König. Bei Claudia Schiffer kannst du doch auch im Bett zaubern, bis der Arzt kommt, am Ende lässt du dich sitzen. Wenn du aber mal über Regine Bratarsch rutscht, dann macht die alles für dich. Es ist eben auch viel schwieriger, bei Apple ganz nach vorne zu kommen, als bei Brommelkamp und Söhne. Respekt ist der Grundstein, auf den eine Firma gebaut ist. Aber ein Grundstein ist natürlich bloß ein Symbol. Eine Taube symbolisiert Frieden. Die kann dir aber trotzdem auf den Kopf kacken. Insofern steht eine Firma eben nicht auf dem Grundstein, sondern auf Stahlbeton. Und das hat nichts mit Respekt zu tun. Null. Das heißt, wenn dir die Taube auf den Kopf scheißt, dann knallt sie ab. Frieden hin oder her. Was ich damit sagen will? Ja, keine Ahnung.